Ufff. Verliere ich wieder, das weiß ich jetzt schon. Weil ich jetzt nicht schon wieder Jäger oder Droide spielen will, also eins von den anderen Decks. Ich dachte nur noch eins, wo du... Eins von den beiden kann ich nicht und das andere ist einfach nur schlecht. Wieso spielst du nicht was, wo du einen Bonus für bekommst? Kriege ich doch, das ist doch für die Quest. Ach so, ja gut. Hör mir doch zu. Probier ich mal das hier aus. Ich werd sowas von verlieren. Das Deck einfach nur schlecht ist. Deswegen probier ich extra extra mein Deck aus, was ich selten spiele. Oh Gott. Hm. Hm. Er spielt auch noch Hexer. Ich denk mir nur grade so. Hexer kann so über aufs Maul reden. Warum spiel ich Hexer? Ich hab keine Ahnung, wie die Mechaniken funktionieren. Du opferst Leben. Da weigere ich mich meistens. Dann benutzt du die Klassenfähigkeit schon mal nicht. Ja, das dachte ich mir irgendwie auch schon so. Weißt du, was ein unfairer Gegner für ein Hexer ist? Priester. Ja. Ist ja das genau Gegenteil. Paladin ist aber genauso ekelhaft wie ihn. Kann ja auch ein paar Heilfähigkeiten nutzen. Vor allem ist die Heldenfähigkeit von Hexer da schon mal ziemlich doof in dem Spielmodus. Okay, man kann einen Grabengötzen. Oh Mann, die Scheißkarten. Der erste Überblick, den ich hatte, der war schon ziemlich mies. Ich erfreue mich einfach des Regenbogens über dem Wasserfall. Hm? Ist dein Regenbogen über dem Wasserfall? Okay, bei mir nicht. Den sieht man nur ganz schlecht und ab und zu verschwindet der dann wieder. Okay. Ich erfreue mich immer, wenn er da ist. Das wird wahrscheinlich an dieser Runde das einzige Erfreuliche sein. Ich hasse Magier. Willst du den Kotzen? Ui. Oh nein. Ah, da ist der Regenbogen. Ich hab keine Ahnung, es muss erst mal so weit kommen. Was ist da, schon wieder Raggi? Nee, nee. Ich hab auf die Karte gewartet. Die kommt immer beim Hexer. Immer. Dieser Billo-Spotter, ne? Oh, Magier-Geheimnisse. Das sind scheiße. Weiß nicht, ein paar von dir sind richtig eklig. Das sind scheiße. Lasst euch nichts erzählen. Du hast mir grad einen Rabengötzen weggecountert. Toll. Und einen Mana hat sie gekostet. Ein Mana. Ich hatte gehofft, ich konnte irgendwas größeres. Aber Rabengötzen sind ja auch Zauber. Ich will wieder einen Beschwörungsstein haben. Die machen Spaß. Boah. Okay. Ah, okay. Das geht nur für befreundete Diener. Okay. Ich hatte grad verhofft, das wäre irgendwie cooler. Huch! Was ist passiert? Aus meinem Tigerpilz ist es ein Zebrapilz geworden. Huch! Er hat sich schon wieder verändert, ey. Was machst du? Das Feld macht mich fertig. Oh ja. Wenn du oft genug drüber klickst, dann verändert sich das. Ich hör nur das, das Dau. Homer Simms, Homer Simms in Gedächtnissschrei. Wollt ihr mich veräppeln? Du, ich hab auch noch keine Idee, was ich mit dem Deck anfangen soll. Oh, warte mal. Ih! Nee! Will ich gar nicht... Oh Gott. Jetzt seh ich grad ne Karte und denk mir so, nee, die will ich nicht spielen. Die ist böse. Hu! Hu! Das war knapp. Er mit seinem Scheiß Lärmwander. Hier wird das Lachen schon noch vergehen. Er lacht ja gar nicht, leider. Auf die Fresse! Ja, auf die Fresse. Warum spielst du ne Karte an, der steht, fügt eurem Helden 5 Schaden zu? Warum spielt man so ne Karte? Ich hab da so ne Idee, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Ey, du spielst doch noch ein Geheimnis, Alter. Und die Olle wird immer krasser. Das bleibt mir. Biedernji! Verdammt! Tschüss, Spotter! Bitte, 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 bitte! Verdammt! War da die Ball, die du haben wolltest? Ja, die ich ne Kombi brauchte. Ja, zum Glück. Ey, ich muss mit dem Deck gewinnen! Falls dir das entgangen ist, also bringt das dir nicht. Ich weiß. Nein, du kannst ruhig gewinnen. Ich werde trotzdem versuchen, ernst zu spielen, aber bis jetzt ist das... Ich planche im Pool. Oh nein, 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 nein. Das kannte ich noch nicht. Sehr cool. Das Geheimnis kannte ich wirklich noch nicht. Sehr cool. Das ist echt geiles Geheimnis. Das kannte ich wirklich noch nicht. Das ist cool. Ich dachte, die Magier-Geheimnisse sind mega krass. Alter. Alter, was wird aus dieser Kampfschlampe da vorne? Keine Ahnung, sie kann trotzdem nichts machen. Obwohl doch, sie kann nicht angreifen. Ich hab ja noch so viel Leben. Ich fick mich hier total selbst. Hexenmeister. Lass mich grad unter jeder Karte steht, wenn du mindestens zwei Leben opferst. Ja. Ungefähr. Ich probier's. Nein. Habe ich einen Zauber gekontert? So ungefähr. Das war ein Anfang, Alter. Ich muss irgendwas erledigen. Sia. Was? Warum ist sie jetzt gestorben? Achja, klar. Wegen verflucht. Ich hab keine Chance mehr. Die Pferdung muss ich spielen. Oha. Warte ich mir den schon auf eine Runde vom Leib. Nächste Runde ist er platt. Je nachdem was von dir kommt. Ich bin die Maus gebunden. Die liest sich irgendwie cool. Ich glaub, die tut sich selbst weh. Ja, tut sie auch. Oh. Okay. Was bekomm ich? Nice. Ach man. Jetzt kriegst du Paladin-Karten. Das kannst doch nicht sein, oder? Ich krieg auch gar keine Hexenmeister-Karten mehr. So wie's aussieht. Ist ja voll der Sinn hinter Hexenmeister spielen. Ja, irgendwie hatte ich das irgendwie anders erhofft, dass es nicht so abgeht. Ich kann doch grad so viel machen. Jetzt kriegt der Paladin-Karten. Jetzt kriegt der Paladin-Karten. Ich könnte mir ja die Augen auskratzen. Nee, ich krieg immer noch Hexenmeister-Karten. Oh Gott sei Dank. Immer noch Opfer mindestens fünf leben kann. Das ist aber kein Hexer-Geheimnis, oder? Nee, das ist tatsächlich ne Paladin-Karte. Ja, siehste. Oh. Was? Guck mal, guck mal, was fällt. Ähm. Wenn du's nicht sagst, sag ich's mal eben zu mir selbst. Haha. Ja, du hast dich grad selbst. Ich hab mich grad selbst ge- Du hast dich grad geself-owned. Oh, 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 oh. Ich könnte gewinnen. Außer er spielt jetzt Sokretar oder sowas. Nee, so krass ist es nicht. Verdammt. Nein, das ist keiner. Die Kanone wär geil, wenn man hier den äh ähm 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 diesen anderen Paladin-Charakter aufhand hat, den ich vorhin gespielt hab. Was? 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 What the fuck? Ich hab mein Krönchen aus Geheimnissen gebaut. Ja, hast du wirklich. Ich brauch Dina. Ich hoffe es funktioniert irgendwie. Irgendwas wird's schon bringen. Oh nein, was passiert jetzt? Krasse Scheiße. Was geht jetzt ab? Der hat dich aufm Kieker, merkst du's? Ich glaub das hat tatsächlich... Die Kanone mag dich nicht. Ja, er steht nicht bei, dass es nur meine treffen kann. Oh oh. Dann spiel dich. Nein. Okay. Sorry, aber ich muss es mal... ich muss es ausprobieren. Oh nein. Ich hoffe, dass es... Das war's. Ich glaub tatsächlich, dass es ein Nachteil für mich ist. Ja, es ist ein Nachteil für mich aufm ersten Blick. Willst du mich verarschen? Du schaust dir Arschen?! Beschwör deine Höhlen, Bestie 6-6 für zwei Mana-Kristalle. Fick dich. Na klar, immer die kleinen Vorschläge. Was passiert jetzt? Das ist... Ok, ich dachte schon, der würde nicht vernichtet werden. Natürlich. Jetzt habe ich so reingeschissen. Und es lief so gut. Ja, das war es. Ich habe es noch reingekackt. Ich glaube es kaum. Und so ein Ding kann er für zwei Mana-Kristalle rufen, geht doch weg! Was für eine Karte, ey. Ach, was für eine Karte, ey. Hab ich da schon höher? Ist ja nicht so, als würde da eine Beschreibung drunter stehen. Das mit der Höllenbestie 66 habe ich... Kann sein, dass das zum Beispiel... Hab ich es aber lesen. Okay, wirklich, ich will das nicht mehr richtig lesen. Hm. Lass du dir Zeit, mich zu zerquetschen. Geht das? Ähm... Warum? Weil er maximal 15 Leben hat. Du hast maximal 15... Ne, du bist bei 15. Ah, okay, gut. Ich dachte, der wäre einfach nur, äh... Jetzt kannst du das machen. Oh, Schatz, du musst mich gleich retten. Du musst mich gleich so retten. Ich hab grad die böse Hand gezogen. Komm, ich... Ach nein, 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 nein. Aber gut, ich kann eh keinem Zauber mehr wirken. Ach, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das wird jetzt so eine knappe Kiste. Oh nein. Er hat gemacht. Das heißt, er hat zwei supergeile Karten. Er kann sich nicht entscheiden, mit was er mich zerschmettern soll. Oha. Ich bin immun. Ja, okay, ich hätte ja, du hast recht. Und ich krieg noch einen Schaden. Passiert nicht viel. Super, passiert nicht viel. Oh. Ich kann keine Zauber mehr spielen. Alter, Falter. Entweder Desping rettet mich jetzt, oder ich hab verloren. Wahrscheinlich läuft's darauf hinaus, dass ich verloren hab. Wenn ich nämlich den Schaden auf dem Feld zusammenziele, reicht Desping dafür nicht. Danke, dass du daran erinnert hast. Aber solange ich die eine Karte auf dem Feld habe, krieg ich nur einen Schaden. Ja. Versteh ich nicht. Du hättest mich vernichten können. Oh, nein. Verzeih. Kannst du ja gar nicht. Nicht in der Kombi, wie ich es, glaub ich, gespielt habe. Nee, das hat andere Gründe. Ach, du hast noch dieses, dieses, äh... Ach komm. Dieses, äh, Last Man Standing-Geheimnis drin. Irgendwas muss ich auch versuchen, mein kräpliges Leben mir zu retten. Oh. Oh, Mann. Pick damit. Ja, du hast gewonnen. Außer ich zieh jetzt ne Karte. Ich glaube, ich kann irgendwas übersehen. Ach, ist egal. Kann ich... Hätte ich anders machen müssen. Oha. Da quietscht was. Das ist aber nicht der harte Todesspringer, oder? Nein, nicht der andere. Boah, das ist mir übel, wenn man den spielt und irgendwie noch ein paar... ...den Harten auf der Hand hat und noch ein paar andere. Aber Hexenmeister ist echt nicht mein Deck. Und die hat mir echt dann 1 zu 1 reich gekruppelt damit. Boah. Okay. Das war schlimm. Ja, wirklich. Tja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und... Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Kartenchaos in der nächsten Woche. Bis dahin, würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss. Tschüss.